Hallo liebe Sternenfreundinnen und Freunde, ganz herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Ausblick für den Februar 2019. Es wird ein Monat der Freundschaft und der Wahrhaftigkeit. In festen Beziehungen stehen Vertrautheit und Verbundenheit hoch im Kurs. Bei Flirts und Affären ist die Leidenschaft groß. Wenn ihr persönliche Unterstützung braucht, könnt ihr euch gern an mich wenden. Ruft entweder auf meinem Kundentelefon an oder meldet euch per E-Mail oder über meine Homepage, um eine Beratung zu buchen. Und wie ihr mich erreicht, die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. In meiner Verlosung gibt es diesmal ein persönliches schriftliches Geburtshoroskop von mir zu gewinnen, entweder für euch selbst oder einen lieben Menschen eurer Wahl. Und wie ihr daran teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos im Serviceteil, also bleibt dran. Und jetzt komme ich zu dem Gewinner aus der Verlosung im Januar. Ein Jahrbuch mit persönlicher Widmung gewonnen hat, Eduard Morlang. Ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Eduard. Bitte melde dich unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse bei mir, damit ich dir das Buch zuschicken kann. Und jetzt wollen wir in die Sterne für den Februar schauen. Auf dem Bild hier seht ihr eine Darstellung unserer Milchstraße und das Symbol der Venus. Denn der Monat beginnt mit einer ganz außergewöhnlichen Konstellation. Die Venus steht auf 27 Grad Schütze und das bedeutet, sie befindet sich im Horoskop in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum, das auf rund 27 Grad Schütze verortet wird. Das bedeutet, viele idealistische und romantische Beziehungsvorstellungen beschäftigen uns in diesen Tagen. Und zwar nicht nur unsere persönliche Partnerschaftsliebe, sondern auch spirituelle Beziehungen und der Wunsch nach einer Verbindung mit allem, was ist. Die galaktische Liebe sozusagen. Viele machen auch sicher große Pläne, was sie ihren Liebsten anlässlich des Valentinstags schenken oder was sie besonders unternehmen wollen. Doch dann geht die Venus zum Neumond am 4. Februar ins Zeichen Steinbock und holt uns auf den Boden der Tatsachen zurück. Wie soll unsere Beziehung im Alltag funktionieren und welche Verantwortung wollen wir gemeinsam übernehmen und wo sind unsere Grenzen? Das sind dann die Fragen, die uns beschäftigen. Das heißt, im Februar dürften sich alle Beziehungen glücklich entwickeln, die von Verantwortungsgefühl und der Bereitschaft, sich langfristig zu verpflichten, getragen werden. Bei kurzfristigen Flirts und neuen Bekanntschaften steht eher die Freundschaft oder die Leidenschaft im Vordergrund oder sowas wie Friends with Benefits. Das heißt, man überlegt sich, man könnte ja genauso gut mit einem guten Freund in die Kiste steigen, wie mit jemandem, den man noch gar nicht kennt. Das kann sogar funktionieren, wenn vorher die Grenzen und Bedingungen klar definiert sind. Aber das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Der Neumond am 4. Februar ist ein Neumond der Freundschaft und der neuen Ideen. Die Sonne und der Mond stehen dann im Wassermann. Günstig dazu steht Glücksplanet Jupiter und das betont gute neue Ideen und auch einen gewissen Idealismus. Außerdem auch das Bedürfnis nach Freiheit und Freiwilligkeit. Wir wollen das Gefühl aus freien Stücken einzulassen, sei es auf neue Ideen oder auf einen neuen Partner oder eine neue Freundschaft. Was nicht funktioniert, ist jede Art von Druck oder Eifersucht. Wer damit seinen Partner bedrängt, riskiert möglicherweise die Trennung. Auch bestehende Freundschaften bekommen durch diesen Neumond neue Impulse und wir verspüren auch hier das Bedürfnis, die Art unserer Freundschaft zu definieren und was sie uns bedeutet. Noch ein Wort zu den Venus-Aspekten. Gegen Ende des Monats wird die Venus sich mit Saturn und Pluto verbinden. Das ist ein Hinweis darauf, dass es zu finanziellen Engpässen kommen kann. Je nachdem, wie diese Konstellation in eurem persönlichen Horoskop zu stehen kommt, müsst ihr sehr aufpassen, wenn ihr jemandem Geld leiht oder auch, wenn ihr euch selber Geld leiht. Das kann zu längerfristigen, quälenden Situationen führen. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Bei mir läuft der Pluto nämlich zurzeit über meine Venus im Steinbock. Wenn ihr diesbezüglich unsicher seid, könnt ihr jederzeit eine Beratung bei mir buchen. Dann können wir uns das genau anschauen oder ihr schaut mal in mein Webinar Antonias Sterne. Da können wir auch solche einzelnen Fragen betrachten. Jetzt schauen wir in das Horoskop des Monats und da stehen viele Zeichenwechsel an. Das heißt, es gibt einiges an Veränderungen und Neuausrichtung. Das kann auch unsere Beziehungen betreffen, dass wir unsere Wertvorstellungen nochmal neu überdenken oder dass wir zusammen mit dem Partner neue Projekte beginnen. Außerdem bedeutet jeder Zeichenwechsel eines Planeten, dass sich neue Aufgabenfelder und neue Prioritäten in anderen Lebensbereichen ergeben. Es wird also nicht immer leicht, das, was wir uns vorgenommen haben, ohne Umwege durchzuziehen. Ich sage euch natürlich in den Sternzeichenhoroskopen jeweils an, wenn besonders wichtige Neuausrichtungen anstehen. Der erste Zeichenwechsel ist ja wie gesagt der Eintritt der Venus ins Zeichen Steinbock zum Neumond am 4. Februar. Also genau genommen geht die Venus schon am dritten Abend spät in den Steinbock. Und zwischen dem 5. und 9. Februar ergeben sich interessante Aspekte von Merkur zu Lilith, zu Mars und zu Uranus und das spricht dafür, dass neue Beziehungsformen diskutiert werden und dass es häufig darum geht, wie viel Freiraum man in einer Beziehung hat, aber auch wie man gemeinsam Verantwortung übernehmen kann. Als ich an diesem Video gearbeitet habe, fiel mir das Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupery ein. Ein berühmtes Weisheitsbuch über das Leben und die Freundschaft. Der kleine Prinz freundet sich mit einem Fuchs an, der ganz klug und weise ist. Ich habe dann in dem Buch nachgeschlagen und dieses Zitat für euch gefunden. Da sagt der Fuchs zu Prinzen, du bist für mich nur ein kleiner Junge, ein kleiner Junge wie hunderttausend andere auch. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich nicht. Ich bin für dich ein Fuchs unter hunderttausenden von Füchsen. Aber wenn du mich zähmst, dann werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig sein und ich werde für dich einzigartig sein in der ganzen Welt. Ich finde, das passt unheimlich gut zu den Konstellationen im Februar. Freundschaft und Einzigartigkeit, das sind die Themen des Wassermanns. Und der Wassermann ist auch manchmal so scheu und sagt, ich brauche dich gar nicht und du brauchst mich eigentlich auch gar nicht. Aber das stimmt natürlich nicht. Gerade Wassermänner sehnen sich unheimlich nach Freundschaft und wenn wir mal ehrlich sind, dann funktionieren lange und gute Beziehungen doch eigentlich auch am besten, wenn sie auf der Basis von Freundschaft aufgebaut sind. Und das Thema der Zähmung, das entspricht der Venus im Steinbock, die sagt, ohne Regeln und Übereinkünfte kann auch die beste Liebe und Freundschaft nicht funktionieren. Am 10. Februar geht der Merkur in die Fische und unser Denken richtet sich wieder mehr auf die Liebe und die Romantik, ganz passend zum Valentinstag. Am 13. Februar verbindet sich der Mars hier mit dem Uranus. Und weil der Aspekt von Mars und Uranus ganz am Ende des Zeichens wieder stattfindet, kann das bedeuten, dass man eine Beziehung plötzlich beendet, wenn man sich zu sehr unter Druck gesetzt fühlt, wenn der Partner eifersüchtig ist oder wenn man einfach erkannt hat, dass diese Beziehung nicht mehr dahin führen wird, wo man hin will. Möglich auch, dass wir brutal ehrlich sind und damit den Partner vor den Kopf stoßen. Tags darauf, am 14. Februar, genau zu Valentinstag, geht der Mars in den Stier und das ist dann eine spürbare Veränderung der Energie. Der Mars ist ja Aktivität und wenn er in den Stier geht, verändert sich der Schwung unserer Aktivitäten. Im Stier sind wir eher geneigt, es etwas ruhiger angehen zu lassen und es kann auch sein, dass wir das Gefühl haben, dass unser Schwung plötzlich nachlässt. Vor allem, weil direkt vorher noch dieser Aspekt zu Uranus stattfindet, der eine sehr hohe Energie hat. Danach müssen wir erst mal wieder in unseren Rhythmus finden. Aber wenn wir den erst mal gefunden haben, geht es auch wieder voran. Mars im Stier kann uns physisch stark machen, ist also gut für körperliche Aktivitäten und auch für sinnliche Aktivitäten. Mars und Venus stehen dann beide in den Erdzeichen. Das ist sehr körperbetont und lustbetont und manchmal muss man sich daher zu seinen Verpflichtungen aufraffen, weil man lieber das tun würde, wozu man Lust hat. Davon profitieren besonders die Erdzeichen und die Wasserzeichen. Mehr dazu erfahrt ihr dann in den Sternzeichenhoroskopen. Am 18. Februar haben wir dann einen super wichtigen Übergang. Heilerplanet Chiron wird dann endgültig in den Widder gehen. Er war ja in den letzten Monaten nochmal zurück in die Fische gelaufen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch aus diesem Anlass doch bitte mein zweiteiliges Special über Chiron, den inneren Heiler und Chiron im Widder an. Da habe ich auch ausführlich die Auswirkungen für die einzelnen Sternzeichen gedeutet. Mit dem Eintritt von Chiron in den Widder beginnen sieben spannende Jahre für alle Evolutionsagenten, die dann garantiert alle Hände voll zu tun haben werden, um die Evolution unseres Planeten und unserer Gesellschaft voranzubringen. Das sind vor allem die Heiler, Berater, Coaches, Sozialarbeiter und Umweltaktivisten, die da angesprochen sind. Chiron bringt uns die Erkenntnis unserer eigenen Verwundbarkeit und das Verständnis für die Verletzlichkeit anderer und unserer Umwelt. Alles darüber erfahrt ihr, wie gesagt, in meinen Video-Specials. Am 19. Februar um 0.03 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Fische und am gleichen Tag nachmittags ist dann der Vollmond in den Zeichen Fische und Jungfrau. Diese Konstellationen rücken den wichtigen Aspekt zwischen Saturn und Neptun in den Vordergrund, den ich schon im Januar beschrieben habe, als Aspekt der Tugend. Das ist, wenn sich Fantasie, Mitgefühl und Spiritualität konstruktiv mit der Realität und Verantwortung verbinden. Venus, Mars und Merkur sind harmonisch in die Konstellation mit eingebunden. Das alles spricht dafür, dass feste und vertrauensvolle Beziehungen und Freundschaften besonders gute Sterne haben. Fantasie und Liebe wie auch Verlässlichkeit und Verantwortung finden hier zueinander. Und das ist auch gut so, weil sich die Venus in den Tagen vor und nach dem Vollmond mit dem strengen Saturn und dem mächtigen Pluto verbindet. Das kann anzeigen, dass man auch mal verzichten muss oder vielleicht eine Krise durchlebt. Aber das Erlebnis von Zusammenhalt und gemeinsamer Bewältigung wird die Liebe und die guten Gefühle in solchen Beziehungen stärken. Bis Ende des Monats haben wir viele günstige Aspekte, um offen und liebevoll miteinander zu kommunizieren. Und dadurch können wir Herausforderungen gut gemeinsam meistern. Wichtig zu wissen für diesen Monat ist, dass wir keine schwierigen Neptun-Aspekte haben, die für Heimlichkeiten und Unwahrheit sprechen. Stattdessen begünstigen die Sterne Wahrhaftigkeit und ein ehrliches Miteinander. Das war der astrologische Monatsüberblick. Die Deutung für die einzelnen Sternzeichen findet ihr dann in meinem Video für die zwölf Sternzeichen. Das war mein astrologischer Ausblick für den Februar. Für eine persönliche Beratung zu eurem Horoskop könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, entweder direkt über meine Homepage oder auf meinem Kundentelefon. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Die wichtigen psychologischen Deutungen der langfristigen Planeten findet ihr in meinem Buch mit dem Jahreshoroskop 2019. Da stehen auch alle Geburtstagskinder drin, die besondere Aspekte empfangen. Übrigens findet ihr da auch alle Planetenübergänge, wann Venus und Mars und alle anderen das Zeichen wechseln und noch vieles mehr, was euch bei der Jahresplanung hilft. Ich schreibe euch die Links zum Bestellen unten in die Videobeschreibung und ihr findet die Infos auch auf meiner Homepage. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 8. Februar um 18.30 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Danach gibt es eine Pause, weil ich in den USA bin und der nächste Termin ist dann am Freitag, den 30. März. Damit ihr immer wisst, wo eure Planeten im Geburtshoroskop genau stehen und was sie bedeuten, könnt ihr euch mein schriftliches Geburtshoroskop bei kosmogramm.de bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich möchte diesmal auch ein solches Horoskop verlosen. Und wenn ihr schon ein Geburtshoroskop habt, könnt ihr es auch für jemand anderes bestellen, der euch interessiert oder es verschenken. Um an der Verlosung teilzunehmen, braucht ihr mir nur einen netten Kommentar hier zu posten und meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr schon ein Abo habt, dann könnt ihr meinen Kanal gerne weiterempfehlen. Das Kanalabo hat auch den Vorteil, dass ihr immer automatisch erfahrt, wenn ich neue Videos hochlade. Also einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Eintritt Chirons in den Widder möchte ich euch nochmal meine beiden Videospecials über Chiron ans Herz legen und auch das Video über den Mondknoten im Krebs. Ich wünsche euch einen schönen Februar und einen romantischen Valentinstag. Alles Gute mit den Sternen!